Hier produzieren wir mal Whisky, hier kommt noch ein Brunnen hinzu. Ich glaube wir brauchen relativ viel Wasser, kann das sein? Oder ist das gerade eine falsche Wahrnehmung, die ich da habe? So, damit wir an mehr Edelsteine rankommen, machen wir hier mal auch eine Kaserne hin. Und wir fangen schon mal an Edelsteine zu schürfen. So, Opferung, stimmt, da war ja was. Wo haben wir wahr? Schau, oh Gott, hier unten. Der Umweg, der ist natürlich sehr sinnvoll. Ich weiß gar nicht, warum ich den hatte, aber wahrscheinlich, weil da vorher ein Baum war. Komm, machen wir hier nochmal eine kleine Umgehung, in der Hoffnung, dass sie fruchtet. Die nächste Wache heute ist besetzt, sehr gut. Ich bin irgendwie mal wieder so ein kleiner Bau sucht, die kann das sein? Ich bräuchte auch mal irgendwo einen weiteren Holzkreislauf, wollen wir den vielleicht hier hinten machen? Weil ich glaube, für Ackerfläche reicht das nicht so wirklich. Ja, euch fehlen nämlich Baumstämme. Hm, wo keiner sagt was. Frech. Aber immerhin beim Fisch läuft's gut. Das Militär. Die schottischen Kämpfer sind in Angriff und Verteidigung unübertroffen. Mit wenigen Kämpfern können sie erfolgreich gegen Feinde antreten. Gefürchtet sind vor allem die schottischen Nahkämpfer. Die Fernkämpfer mit ihren Steinschleudern sind wirksam, aber nicht übermäßig stark. Sie können nur auf die zweite Stufe befördert werden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Stärke der schottischen Kämpfer dem Whisky zuzuschreiben ist und natürlich auch den Kills. Diese sind neben Whisky und Waffen zur Ausbildung von Soldaten notwendig. Guck mal, da liegen ja schon einige Kills. Sehr schön. Guck mal, da bahnt sich schon ein potenzieller Grenzkampf an. Was haben wir? Ui, Gold. Sehr nice. Sehr schön. Also Schnee scheint ja nicht viel auszumachen. Es wäre natürlich die spannende Frage, ob hier auch angebaut werden kann. Wir bauen einfach mal einen hin und kunden. So, du hast nichts mehr zu fällen, dann weg mit dir. Du genauso wenig, dann weg mit dir. Aber hier oben gibt es neue Bäume zum fällen. Ach guck mal, Steine haben wir ja auch. Sehr schön. Noch mehr Steine und Eisbär. Süß. Sie braucht Fleisch und oder Brot. Die ganzen Kills zählen anscheinend nicht, weil ich die noch nicht ins Lager gepackt habe. Weil die nämlich direkt in die Kaserne gewandert sind. Na gut. Ich würde sagen, ich ruhe aber trotzdem mal mit der Ausbildung von Nah- und Fernkämpfern. Damit wir eben mit den Kills mal vorankommen. Was heißt mit den Kills vorankommen? Das Einzige, womit ich richtig vorankommen müsste, wären ja eigentlich Holzbretter. Ach guck mal, die packen hier direkt alles wieder raus, weil sie es nicht brauchen. Sehr schön, da kommen sehr viel Getreide zur Brennerei. Und hier haben wir auch schon das erste Brett und das zweite ist unterwegs. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Ja, wird weniger gut, dass wir hier noch einen Brunnen bauen. So, die Nebenaufgabe für die Edelsteine haben wir abgeschlossen. Wir haben unseren ersten Edelstein gefördert. Yay! Jetzt lassen wir hier Gold. Hier schön mittig. Hier auch Gold. Die Wache heute kommt weg. Stattdessen machen wir hier eine hin. Eine hier oben. Eine. Da kommen wir nicht so recht dran. Wobei, wir müssen ja nur ein paar Bäume fällen, dann sind wir ja schon da. Da machen wir das doch einfach mal. Zack. Na, her mit dem Holzfäller. So, bei der Brennerei läuft es, würde ich sagen. Und ich habe leider immer noch einen blöden Rückstau. Was diverse Dinge angeht. Darum hoffe ich, dass wir schnell diesen zweiten Holzkreislauf hier fertig bekommen. Sind das schon Bretter, die geliefert werden? Ne, noch leider gar nicht. Wo gehen denn aktuell die Bretter hin? Hier anscheinend, ne? Ja, komm, das eine Bretter ist mir auch egal. Das darf da jetzt hin. So, der Segen des satten Mitarbeiters. Haben wir Gold auf Tasche? Ah, nicht genug, schade. Komm, wir schalten mal die Beschwörung von Goldfreiheit. Dann holen wir uns einfach ein bisschen Gold heran, sofern wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht die Goldminen am Start haben. So, das hätten wir. Ich setze hier einfach mal mitten rein, weil die ja auch gefühlt so ein bisschen die ganzen Edelscheine aus der Umgebung mit abbauen. So, wir verkürzen hier mal den Weg. Okay. Ach, sehr schön, das erste Brett ist unterwegs. Wir werden hoffen, dass noch viele und vor allem sehr schnell welche weitere folgen werden. So, die Nahrungsmittelproduktion steht auf jeden Fall schon mal. Das finde ich gut. Also wenigstens alle, die Fische kriegen können, sind gut versorgt. Finde ich schon mal recht tröstlich. Machen wir es so und den Weg weg, damit der Bauernhof hier noch eine kleine Lücke hat, wo er anbauen kann. Sehr gut, ein weiterer Holzfäller steht schon. Und der Förster kriegt auch schon sein erstes Brett. Sehr gut. Ja, Leute, es wird langsam, aber es wird. Wie schaut es aus? Kämpft ihr euch schon? Ah, ihr baut ein Lagerhaus direkt an der Grenze. Dein Ernst? Ja, immerhin hast du hier eine Festung. Das finde ich gut. Ich glaube, ich brauche noch einen weiteren Schäfer. Hey, du Rockträger! Mach, dass du fortkommst, oder ich hole mir auch noch deinen Thron! So, jetzt ist Wüterich angepisst. Oha, er ist an unsere Grenze vorgerückt. Das ist schlecht. So, hier machen wir mal, wenn es denn geht, Upgrades. Ja, dass ich jetzt so ein Holzengpass habe, finde ich natürlich alles andere als geil. Ich würde sagen, Pfeif drauf. Wir machen... Wir bilden hier weiter aus. Der Schlosser macht jetzt erstmal Pause. Einfach, dass die Baumschirme auch wirklich alle in die Sägewerke gehen. So, das letzte Brett kommt. Hier kommt auch schon mal ein Upgrade hin. So, das Getreide wird schon deutlich weniger. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen brauchen wir dringend die beiden weiteren Bauernöpfe. Aber viel wichtiger ist erstmal, dass wir hier die Gestellung halten. Oh, hier eine kleine Umgehung. Und da auch... Wir sind den hier immer entlastet kriegen. Und hier können wir hier noch ein bisschen pushen. Ich sehe schon, wir haben wieder einen Engpass, was Wasser angeht. Das finde ich gar nicht gut. Stein wird knapp. Uiui. Dann mal direkt zwei Granitbergwerke her. Ich habe auch noch keinen Steinbruch geplant. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann geben wir mal hier mit dir ein Brett frei. So, dann geben wir mal hier. und da werden mal hier. So, dann volume 17 .